...Mohr, der Kapitän, Schimaniak, Lutz, richtig, dass der Schiedsrichter nicht gepiffen hat. ...dem eben der erste Fehlpass unterlaufen ist. Beckenbauer, Held. ...Beckenbauer, Loren Beckenbauer. ...Rornig Netzer in den eigenen Reihen. ...Beckenbauer, Netzer. ...Ja, das können Sie auch. Gut gemacht und gut gedacht. ...Beckenbauer. ...Mit der Nummer 5, der in diesen Pressschlag verwickelt war, schon in der Hälfte der Engländer. ...Das gefällt. ...Anseite. ...Krämer. 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 ...Zusammen spielen vorhin mit seinem Bruder. ...Schimaniak, Netzer. ...Beckenbauer, sehr schön. ...Feld, Beckenbauer. Schulz und Beckenbauer, das war Weber, wenn sie ihn in der Eile nicht verkannt haben. Feld und Beckenbauer, Hornig, hat Zeit. Ja, wunderbar gemacht von Krämer, Lorenz, Beckenbauer. Und verfolgt eine Grundregel, Grundregel, der Schiedsrichter nicht, der läuft nicht diagonal. Aber erst immer im Bild. Beckenbauer. 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 Hand hat den Kopfball angesetzt. Es könnte eigentlich nur heiß sein, jawohl, denn die 10 Yards werden auch erst nach einer gewissen, Entschuldigung, natürlich 49 Minuten. Wahrscheinlich den Arm ausgepuppelt hat, aber erst nach dem Zusammenfall im Sturz. Krämer trug wirklich keine Schuld daran. Sie dürfen mittlerweile sind es wohl gut 60.000 Zuschauer hier auf dem Team. Beckenbauer. Eckball. Eckball. So, wir schalten. Gut gemacht von Lutz. Beckenbauer. Beckenbauer. Da wird hält abseits. Gut gemacht von Beckenbauer gegen Moor. Beckenbauer. Heißt für beide Mannschaften. Weber. Sehr stark im Bild von Cohen. Beckenbauer. Schultz mit Beckenbauer. Beckenbauer. Füllen kann, die zuerst ordentlich so glänzend gelöst hat. Beckenbauer. Netzer. Beckenbauer hält. Bieten sich den Mitspieler an. Krämer. Beckenbauer. 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 Krämer. Nicht mehr so viel Glanz ausstrahlt, wie im ersten Abschnitt bin ich immer noch bereit zu so rennen. Beckenbauer. 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 so wichtig sie im Einzelnen sind, dienen der Vorbereitung auf das Weltmeisterschaftsturnier, das man ja bekanntlich nicht mit elf, sondern mit 22 Mann bestreiten muss. Tor! Beckenbauer! Heiß oder Beckenbauer, ich kann mir so etwas nicht vorstellen, denn die Flanke kommt von der Torauslinie nach hinten, da kann kein Abseits der Fall sein. Jetzt gibt der Eckball wahrscheinlich nicht der deutschen Mannschaft Geld, sondern diese Entscheidung, die gefällt war und erst auf Intervention von zwei englischen Spielern nicht. Das war der achte Eckball, ein Tor. Prost gemacht. Netter. Noch neun Minuten. Schulz. Plötzlich in einer anderen Rolle. Gut. Beckenbauer. Sie wollen mehr sehen und Sie wollen einen klareren Sieger leben. Beckenbauer. Und Krämer allein! Der was! Ah! Hält. Weiter. Heiß. Beckenbauer. Beckenbauer wieder. Hat er Pech gehabt. Für Münchner. Überraschend gut. 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 Gut.